Moin Moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu Uncharted 4, wieder mit unserer Frau unterwegs, 20. Kapitel und wir suchen immer noch uns nen Bruder. Ja, sieht ganz danach aus. Da ist die Galeone, genau. Lass mal hier längs gehen, oder? Komm ich da nicht hoch? Da. Guck ich da rüber springen? Bestimmt. Wada wada! Guck ich da rüber springen? Okay. Scheiße. Es ist ein Schiffsfriedhof. Oh ja. Dass das nie aufgefallen ist, ist auch merkwürdig, oder? Ich meine, wahrscheinlich ist hier nie jemand hingekommen, aber... Trotzdem. Hm, geht da nix. Sieht ganz cool aus. So, man hat auch hier längs gehen kann wahrscheinlich. Ja, sieht sicher aus. Okay. Okay. Okay, look at das. Okay, wir kommen Ihnen näher. Oh, wow. Oh, warte. Oh, ich kann was sehen. Oh, Mist. Ja. Das ist sad. Ja. Komm. Wir müssen zu ihm. Ich muss irgendwie zum Strand. Oh, das ist gut gekommen. Oh, warte. Ich bin dran. Komm. Ja, keine Ahren. Oh! Oh, das ist gut gemacht. Das war gut, geht da. Oh, warte. Letz. Alter. Oh. Oh, fuck. Okay, also das ist ein bisschen viel Action gerade hier. Gucken, ob wir das noch hinkriegen. Oh. Oh, was ist das, wird gar nicht so schlecht. Treffen sie mich nicht sofort. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Oh. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ja. Oh, ich bin nicht so viel. Zu nah. Ich bin sicher, dass er nicht ist. Ich bin nicht so viel. Ich bin nicht so viel. Ich bin nicht so viel. So, warte mal. Ich muss ein Leben holen, dann machen wir mal. Ich muss ein Leben holen. Ich muss ein Leben holen, warte mal. Okay. 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 Ja. Einigermaßen. Achtschuss. Ja. Gut. Äh, ja. Ne, 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 ne. Ein bisschen besser. Hier durch. Hey, hier können wir durch. Okay, wo könnte Sam sein? Ja. Da ist die Antwort. Ja. Was ist das? Eigentlich ganz geile Waffe die ich gerade habe, aber ich brauche noch eine Munition. Keiner von denen die gleiche Waffe wie ich hier? Dann nehmen wir die Condor mal mit. Wir haben eine Munition hier. Oder nicht? Da haben wir ein bisschen Munition dabei. Nein. Los gehts. Darunter oder rauf ist die Frage? Wahrscheinlich darunter, ne? Ach Mist, er sitzt in der Falle. Hey, Sir! Nathan? Bleib wo du bist! Wir kommen zu dir! Check! Bitte. We 이것men ihr Scheine! Mach doch! Alles was ihr könnt! ich glaube kurz man tut das gut sich zu sehen ich bin dafür hast du mein feuerzeug die klippen da finden wir Entdeckung. Oh. Ah, es ist aber auch... Es steht auch ein bisschen Weg da, mein Bruder. Muss ich zugeben. Wie immer. Nein, er ist... Mit umglauben? Wer ist erledigt? Einer weniger. Das ist erledigt. Das ist erledigt. Das ist erledigt. Ach Mist. Da drüben, von dem anderen Schiff. Von dem Deck da unten. Das ist erledigt. 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 Oh, das ist nicht so cool. Oh nein, ich ruhe nicht raus, da ist irgendwo ein Loch da drin, ah wo, wo längs, da, wow. Oh nein, ich ruhe nicht raus. Oh nein, ich ruhe nicht raus. Oh, Alter, wie viele Leute kommen denn da bitte sehr hoch? Was, warum sterben hier? Hey, Arschlöcher. Oh, shit. Ach, großartig. Oh, man, wie viele von diesen Trucks hast du dabei, Ray? Oh, ja. Oh, ja. Oh, da. Oh, ich ruhe nicht. Das Gewicht! Los, auf geht's! Granate! Weg! Es ist doch möglich, das nicht getan zu haben! Schaffe Granate! Oh Mann, ey, das ist doch echt nervig! Granate! Dieser Schorlein-Söldner hatte doch eine Panzerfahrt! Boah, ich komm gar nicht weg von dem so schnell! Ich darf auch nicht hinter diesen blöden Holzkisten stehen, ich muss hinter den anderen Kisten sein, ne? Dieser Schorlein-Söldner hatte doch eine Panzerfahrt! Oh, da liegt die Panzerfahrt, die brauchen wir aber gar nicht! Das klappt ja auch so ganz gut. Spacken, say. Lass raus, da. Oh, so ein Scheiß. Okay. Ich muss den verdammten Truck loswerden. Aber wie? Aber... Ja, das ist gut. Er steckt mich hier oben. Der ist bestimmt nicht. So, wie ist auch wieder? Bei mir. Oh, drought, bleiben wir. Oh das ist auch hin. Oh-oh. Alter! Alter! Ich muss hier weg! Nichts will weg, nichts will weg! Ich muss hier weg! Ich muss hier weg! Okay, der will nicht haben, auf jeden Fall! Du scheiße! Heilige... Sally! Wir läuft's auch nicht! Und nicht! Wirf mir in die Panzerfaust rüber und verschwinde von hier! Alles klar! Okay, die Spielchen sind vorbei! Mach die Scheißkerle fertig, ne? Danke nicht! Gott und die Freiheit, Arschlau! Als Gedanke klang das besser. Totgemacht, Junge! Ja, danke für die Hilfe! Komm hier rüber, ich hol dich da raus! Ja! Das wär super! Alter Schweder! Actionreiche Fahrt gerade! Schön dich zu sehen! Gerade noch rechtzeitig! Naja... Ich hatte sowieso nichts besseres zu tun! Ja, nein, wir müssen noch Sam und Elena finden! Hey! Hey! Bist du okay? Ja! Wir haben die Explosion gehört, wir dachten... Ja, das war der Karl! Du hast ihm wieder den Arsch gerettet? Natürlich! Wie geht's dir? Gut! Gut, ein paar Mal war's knapp, aber... Er hat's rausgerissen! Hey! Hey! Oh, schick! Oh! Ne Kugel hat mich gestreift! Du? Ne Klippe hat mich gestreift! Und... Rave? Er hat seine Leute direkt in eine von Averys Fallen geführt! Hm! Schlau! Hey, hör mal! Wegen dieser Alcazar-Geschichte... Wir reden später darüber, ja? Wo lang? Zum Strand, anderer Seite der Stadt! Okay! Gut, ich hoffe, der Krawall hat keine schlafenden Hunde gegeben! Ich weiß! Woah, 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 woah! Sorry! Was haben wir vor? Was glaubst du? Wir hauen so schnell wie möglich ab! Klar, das... Das könnten wir tun! Oder wir gehen in diese Richtung! Ist ne Abkürzung! Abkürzung wohin? Zu Averys Schatz! Wow! Immerhin muss Rave ganz außen rumlaufen, aber wir könnten einfach... Hey, Scheiß auf Rave! Hey, Victor, bei allem Respekt, vielleicht... Du weißt einfach nicht, wann Schloss ist! Wir sind alle aus demselben Grund hier, stimmt's? Wir sind nicht wegen deines Schatzes gekommen, wir sind deinetwegen gekommen! Und dafür bin ich euch dankbar, ehrlich! Aber es läuft doch! Und wir liegen in Führung! Im Moment! Wir schaffen das! Nathan, komm! Hm? Sieh dich um! Okay! Avery hat jedes Schiff auf dieser Insel versenkt! Und wieso? Weil er besessen davon war, seinen Schatz zu behalten! Ganz genau! Egal, was es die anderen um ihn herum kostete! Weil er nicht wollte, dass ihm jemand folgt! Weil er abhauen wollte! Sieh dir das an! Okay! Das ist seine Karte der Insel! Okay? Das ist sein Schiff! Direkt da! Unter diesem Berg! Genau da liegt unser Schatz! Und genau dorthin ist Rave gerade unterwegs, während wir hier rumstehen und uns zanken wie Kinder! Was, wenn er die Insel schon verlassen hatte und sein Schiff mitten im Ozean gesunken ist? Dann finden wir heraus, wo es gesunken ist! Oh, Mann! Wie lange jagen wir diesen Traum schon, hm? Du und ich! Nichts gegen die beiden, aber... Die verstehen's nicht! Doch, Sam, tun sie! Tun sie wirklich! Okay! Glaubt mir, sie haben diese... Art von Besessenheit schon erlebt! Ach, Sam! Wir sind nicht mehr diese Jungs! Nicht mehr! Und wir müssen nichts mehr beweisen! Das macht er's alleine! Wo ist das Flugzeug? Gleich da! Ach, das war's doch noch nicht! Er hört doch nicht auf! Er macht doch gleich irgendeinen Schmuh! Ist das weit? Nicht weiter! Nur durch diese Hafenstadt! Was, wenn Schorlein am Flugzeug auf uns wartet? Tun sie nicht! Und was macht dich da so sicher? Das sieht doch cool aus alles hier! Das ist doch cool! Ich bin ein paar Mal mal runter gesprungen, aber wir müssen uns wohl einen anderen Weg suchen! Was zum Teufel war das? Das kam von den Bergen! Das sind Averys Fall! Hey, das heißt, die jagen sich selbst in die Luft! Nein, das heißt, sie sind auf dem richtigen Weg! Hey! Bleiben wir bei der Sache, ja? Naja, ich bin von da runter gesprungen, aber ich komm nicht mehr hoch! Ja! Vielleicht gibt es was, das wir drunter stellen können! Hier den Karren vielleicht! Hilfe, mein Sam! Okay! Ich versuchte, der mir hilft! Ah! Hey, brauchst du dir Hilfe? Hey! Nein, danke! Wir schaffen's! Hoch! Hä? Achso, ich bin da hoch, okay! Ist auch krass, was die Piraten sich hier aufgebaut haben! Da muss man auch mal huldigen und sagen, oh! Nicht schlecht! Hut ab! Chapeau! Ich bin mir ziemlich sicher, dass The Rape uns auch nicht einfach gehen lassen wird! Ist jemand einen Ausweg? Ah, ist ja nicht! Wir brauchen ein Fenster raus! Oh, die ist ja super schön! Leute! Hier durch! Hm! Das ist schon tief! Und ein bisschen zu weit zum Sprengen! Aber da ist ein Lastenaufzug! Ich glaube, den benutzen! Ah, wir kommen näher! Wow! Schaut euch das an! Es ist eine Art Seilbahn oder so! Ah! Also sie funktioniert noch! Naja! Warum nicht? Aber es ist die Frage, wo der Mechanismus ist, um rüber zu kommen! Oder müssen wir das Ding irgendwo ranschwingen und rüber ziehen? Man weiß es nicht! Ah, da! Es gibt keine Steuerung, aber ich wette, ich kann die Plattform mit meinem Seil herziehen! Ja, die war ja die andere Seite! Vielleicht kannst du die Hölzerne Plattform da unten erreichen! Was zum Henker machst du da, Junge? Äh... Weiß ich noch nicht! Ich bin da rüber, aber ich bin ja immer gegen den Singen! Nein! Nein! Okay, das war auch dumm von mir! Hätte man auch die andere Richtung springen können! So, nochmal! Ach! Ich weiß nicht, wir sind ganz hinten dran! Okay! Okay! Okay, viel mehr kann ich nicht ziehen! Kann ich runter? Ich hab die Idee! Nathan! Hilfst du mir mal! Achso, warte! Ich helf dir! Warte! Wo ist er denn? Ah, da! Ja, was denn? Okay! Was hat er denn vor? Okay! Okay! Okay, Victor! Kannst du mir kurz helfen? Klar! Na los, Nathan! So! Wir halten ihn fest! Du springst rüber! Okay, lass mich aber nicht fallen, ja? Verlockend! Aber nein! Naja, vielleicht! Geschafft! Wir kommen! Geschafft! Okay, jetzt spring auf und ich zieh dich rüber! Okay! Wir sind so weit! Das war ein Haufen, wir haben jetzt diese Technik ziemlich beeindruckt! Ah! Festhalten! Alles klar bei euch? Ja! Die reinste Achterbahn! Komm hoch, Nathan! Komm hoch, Nathan! Komm hoch! Okay, Nathan! Du klettern! Du bist hoch und ich greif dich! Natürlich! Los! Spring schnell! Nein! Gib mir die Halt! Oh Gott! Sam! Oh mein! Sam! Komm schon! Komm! Komm spring einfach! Ich fang dich! Ich fang dich! Na los! Siehste! Nein, nein! Denk nicht mal dran, okay? Sorry, dass ich dich da reingezogen habe! Euch alle! Hey, das ist alles nicht mehr wichtig, okay? Spring jetzt! Ich muss das zu Ende bringen, Nathan! Sam! Hey, wenn du das jetzt tust, werde ich dir nicht hinterherrennen! Kapiert? Tut mir leid! Sam! Sam! Oh! Blöder Sturer! Er lässt es drauf ankommen! Er wird sich noch umbringen! Doch! Na komm! Sie, sie hat wahrscheinlich recht! Klar hat sie das! Gehen wir! Dann gehen wir jetzt wieder her? Ja? Vielleicht können wir ihn abfangen! Ah, ist okay! Dann hau ich ihm eine rein! Okay! Kümmern wir uns erst darum, wie wir ihn retten! Was denkt ihr sich eigentlich? Ich meine nach allem, dass wir... Reicht das denn nicht? Lasst ihn uns einfach finden! Hey! Damit kommen wir über die Mauer! Komm schon! Hilft mir keiner von euch? Warte! Wir helfen dir! Na los! Fertig! Krass, ich kann die komplett aufhalten, wenn ich will! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Okay, siehst du? Wer hat's mit euch halten? Naid, los! Ich hab's! Los! Mist! Los! Ah! Ah! Verdammt! Hm! Und wie zum Teufel sollen wir da jetzt drauf kommen? Uns bleibt nicht genug Zeit! Ich... Neid! Nein! Nicht ganz allein! Hör zu! Ich komm gleich zurück, okay? Er wird nicht ohne Kampf hier weggehen! Dann kämpfe ich mit ihm, wenn's sein muss! Aber so oder so, ich hol ihn zurück! Bring das Flugzeug so nah an den Berg ran, wie's geht! Und dann nichts wie weg hier! Also das Übliche, ja! Das ist nicht fair! Hä? Der Abwasch? Du bist dran! Und weh dir! Du kommst nicht zurück! Oh, oh! Ich liebe dich! Ich dich auch, Cowboy! So! Kapitel? Oh, da ist Kapitel! Mein Bruders Hüter! Meines Bruders Hüter, okay! Gut! Brothers Keeper! Aber hier müssen wir beim nächsten Mal weitermachen! Vielen Dank fürs Zuschauen! Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei! Und bis dahin, ciao! Bis dahin! Bis zum nächsten Mal.